Shop it, shop it. Kennen Sie das Problem? Sie kommen nach einem langen Tag nach Hause und wollen in das Haus gelangen. Doch Sie können nicht, weil Sie Ihren Schlüssel verloren haben. Sie suchen wie verzweifelt in Ihrer Hosentasche nach dem Schlüssel, doch Sie finden Ihren Hausschlüssel einfach nicht. Herkömmliche Stöcke wie ein Holzstock bringen überhaupt nichts. Ach, was soll ich machen? Ich komme einfach nicht rein. Verzweifeln Sie nicht, ich helfe Ihnen. Benutzen Sie den Töö 3, er ist super stabil. Der Töö 3 öffnet alle Türen, runde Türen, hoche Türen, kleine Türen, Fenstertüren, Terrassentüren, Haustüren, Holztüren und quadratische Türen. Schauen Sie das Prachtschöck an, wie schön das ist. Er ist technisch überbegabt und sehr gut in der Handhabung. Er öffnet alle Türen. Seine chemische Zusammensetzung macht ihn ultra stabil. Und das alles für unschlagbare 399 Franken. Rufen Sie jetzt an.